Mit diesem Herbst-Release bringen wir ganz neue Nicking-Produkte für euch. Es gibt neue Hoodies, Sweaters, Socken, Neuerung im Rucksack, No-Book-Cases und einen Nicking-Daffel als Sporttasche oder zum Reisen. Socken Wirte, Socken, Neuerung im Rucksack. Socken wir mit dem Hicke anstochen und die Zukunft zu kommen. Socken wir mit dem Hicke anstochen, Neuerung im Rucksack! Bis zum nächsten Mal.